Hallo und willkommen. Sie können auf dem Sport-Digital-Fußball-Kanal das Spiel des 26 Tages der niederländischen Meisterschaft, errede wie Sie zwischen FC Wollendam und AZ Alkmaar, an diesem Sonntag 17. März 2024, um 12.15 Uhr live verfolgen. Das Endergebnis wird nach Ende des Spiels in der Videobeschreibung hinzugefügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.